Ich fand das total daneben. Oliver Pocher wird gegenüber seiner noch Ehefrau Amira in der neuen Folge ihres Podcasts die Pocher. Ernst. Dicke Luft zwischen den getrennten Eheleuten Oliver, 45, und Amira Pocher, 31, und sie lassen ihrem Zorn in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts freien Lauf. Vor allem bei einem Thema kann Oliver seinen Ärger nicht mehr verbergen, der neue Kader von Amira stößt ihm übel auf. Wie Amira in die Pochers, exklusiv bei Podimo, erzählt, richtet sie nach ihrem Auszug derzeit ihr neues Zuhause ein. Für Oliver offenbar kein größeres Problem, der zunächst sogar noch interessiert nachfragt, ob sie sich schon eingelebt habe. Amira und Oliver Pocher, ernste Töner im Podcast. Doch als das Gespräch auf den neuen, tierischen Mitbewohner kommt, wird der Ton plötzlich ernster. Man verschenkt keine Tiere, raunt Pocher Amira zu, die den Kater von ihrer Mutter und ihrem Bruder geschenkt bekommen hatte. Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders zielvoll, so Pocher. Man hätte sich mit ihm absprechen müssen. Sie haben es nur gut gemeint, versucht Amira ihre Familie allerdings in Schutz zu nehmen. Der Grund für seinen Groll scheint ein recht konkreter zu sein, eine Katzenhaarallergie von Pocher. Für Amira aber offenbar kein Problem im Alltag, das kriegen wir schon alles hin, die Kinder bekommen frische Klamotten angezogen, versucht Amira sofort zu beschwichtigen und gleichzeitig eine Lösung anzubieten. Die Kinder würden immer ohne Katzenhaare zu ihm kommen. Das ist sehr nett, kontert Oliver nicht ohne jeden Sarkasmus. Auch beim Thema Geburtstagsparty wird der Ton rauer Punkt übrigens. Oliver Pocher war entgegen an das Lauten der Medienberichte bei der Geburtstagsparty von Amira in der vergangenen Woche ebenfalls eingeladen, blieb aber auf eigenen Wunsch der Feier fern. Das verrät er ebenfalls im Podcast, ich hatte nicht das Gefühl, da unbedingt hingehen zu müssen. Das darf mir auch gestattet sein. Er habe sich einfach nicht danach gefühlt. Es freue ihn aber, wenn Amira dort Spaß gehabt habe. Für ihn sei deswegen alles in Ordnung Punkt Punkt Ich bin der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex-Frau, die Party macht, während der arme Mann traurig zu Hause sitzt. So lässt du mich ja auch immer dastehen, setzt Amira einen Seitenheb auf ihren noch Ehemann. Alles, was sie mache, sei falsch, wenn ich lache, wenn ich meinen Geburtstag feiere. Ich habe die Schnauze voll von dieser Darstellung. Oliver versteht die Aufregung seiner Frau in dem Moment jedoch nicht. Man müsse nicht immer alles gleich persönlich nehmen, lautet sein Kommentar Punkt Trennung nach sieben Jahren Ehe. Nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern haben sich die Pochers getrennt. Erste Gerüchte waren bereits im Juni aufgekommen. Bestätigt haben sie das Ehe aus Ende August ebenfalls in einer Podcast-Folge. Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's, teilten sie ihren Fans damals mit Punkt Ich habe als Ehepartner versagt. Ein deutliches Dementi. Schließlich hat der 45-Jährige erst am Donnerstag, 28. Geburtstag, noch der ganzen Welt gezeigt, wie sehr an seiner Ehefrau Amira Poche hängt. Anlässlich ihres 31. Geburtstages veröffentlichte Poche einen Brief, der angesichts ihrer erst kürzlich öffentlich verkündeten Trennung wohl kein Auge trocken ließ. Nun sitze ich alleine zu Hause ohne dich. Was für ein Jahr liegt hinter dir? Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. So die bewegenden Zeilen. Weiter machte Oli deutlich, dass er als Ehepartner versagt habe und gerne noch lange der Partner an Amiras Seite geblieben wäre, das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren müssen. Ich wünsche dir alles Gute und dass du das, was du suchst in deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst. Vielleicht macht es jemand anders besser und dich glücklicher.